Und wie läuft's, Sandro? Ich hab da eine Theorie. Liebe auf den ersten Blick ist absoluter Schwachsinn. Ich mein, bitte, wie soll das funktionieren? Du brauchst mindestens zwei bis drei Blicke. Zwei bis drei? Ja, Mann. Einen für die Titten, einen für den Arsch und einen noch vielleicht fürs Gesicht. Erst dann weißt du, ob es Liebe ist. Untertitelung des ZDF.